Allihallo meine Freunde und hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch. Es gibt mal wieder ein paar News zu berichten zum Euro Truck Simulator 2, aber auch zum American Truck Simulator. Es wird ein neues DLC kommen und zwar ein Baumaschinen-DLC. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil es ist doch nicht klar, welche Firma das ist und wann es kommt. Deswegen, ja, nicht vergessen, folgen. Auf den ersten Blick dachte ich, es wird sich um die Firma Cat handeln, aber ich bin auch mal in Ruhe nachgedacht. Und da gibt es auch noch eine ganz andere große Firma, die auch schon im Spiel vorhanden ist und zwar Volvo. Und die bauen auch ganz, ganz viele Maschinen und das könnte das Volvo Maschinen-DLC sein, wie auch immer das heißen wird. Ob wir einen neuen Auflieger bekommen, denke ich ja nicht, aber die ersten drei Bilder sehen ganz stark daraus, dass wir einen DLC bekommen. Ob es denn so ist, wenn man sich das einmal kauft, dass man das gleich für den ATS und für den Euro Truck Simulator hat oder man sich das extra immer kaufen muss, weiß ich auch nicht, wann der Release ist. Wir sollen auf jeden Fall die ganzen, naja, Netzwerke von Facebook, Instagram und sonstige Sachen, äh, Twitter natürlich auch folgen, um dazu mal gucken, was könnte da sein. Vielleicht hat da irgendeine Firma meinen Hashtag reingemacht, vielleicht bin ich auf dem Holzweg. Aber eins weiß ich, heute 20.30 Uhr bin ich wieder live, da können wir gerne darüber reden. Das wollte ich euch einfach nur sagen. Ich finde das total super, wenn die Firmen mit originalen Fahrzeugen als Fracht, aber auch als originale Firmen, ja, Factories, Original Factories, da wird es bestimmt auch irgendwann mal was geben, dass wir damit unterwegs sind. Ich würde es begrüßen, ist Werbung für alle beide Seiten, warum nicht? Ja, ob wir unseren Mods runterladen oder einfach das denn Original haben. Ja, shit happens, ich finde es gut. Aber ich glaube nicht, dass wir mit diesem Muldenkörper in eine Runde fahren können. Ah ja, gut, das soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns heute 20.30 Uhr, ihr seid die Besten. Kuss geht raus, bye bye.